Er ist wieder da. ApoRed meldet sich gleich mit zwei Videos zurück und bricht sein Schweigen. Er gibt Infos zu seinen Finanzen und zu seinem Leben in Dubai. Allerdings kommen Zweifel auf, ob alles so echt ist, was er da als Richman-Lifestyle in Dubai beschreibt. Denn Carina Pusch, eine seiner größten Widersacherinnen, meldet sich mit einem neuen Video und hat exklusive Infos vom Insolvenzverwalter von ApoRed. Und der widerspricht ein bisschen dem Allerechten. Wir schauen, was es Neues gibt in Sachen ApoRed und warum Carina jetzt auch noch 1000 Euro Gerichtskosten zahlen muss für ApoRed, obwohl sie doch einen Prozess gegen ihn gewonnen hat. Die Story geht an dieser Stelle ordentlich weiter. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wer diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass wir anhand von ApoRed immer wieder Rechtsthemen hier erläutern. Denn ja, ApoRed, der Allerechte, der ist für so manches rechtliches Spielchen gut. Und insbesondere Carina Pusch, die ärgert sich darüber. Sie musste schon mal 200 Euro Gerichtskosten zahlen, weil ApoRed die nicht hatte. Obwohl sie gewonnen hat, habe ich ihr ein eigenes Video mal zugemacht. Und sie gibt jetzt einen Blick in seine Finanzwelt, denn sie hat mit dem Insolvenzverwalter gesprochen und hat dadurch ziemlich exklusive Informationen bekommen. Die schauen wir uns gleich gemeinsam an. Aber zunächst mal möchte ich mit euch noch die beiden Videos checken, die ApoRed online gestellt hat. Wir schauen mal, was es da Neues gibt. Stück für Stück werfen wir einen Blick auf die Neuerungen. Gucken wir mal. Er sagt, also er tut in aktuellen Videos, ihr seht vor zwei Wochen so, als wenn er noch Millionär wäre. Und man sieht jetzt hier die Millionen auf seinem Tisch liegen. Gucken wir mal rein. Aber wie viel Geld hier auf dem Tisch liegt? 1,26 Mio. Steuerfrei. Completely. In Dollars. Dollars, Digga. Was für Euros. Euros geht den Bach runter hier. Seedahams. Dollars. Lironen. Ich habe hier Future Money. Das ist Future Money, Digga. Einer von den Goofies hat mir sogar auf Instagram geschrieben. Ey, ja, komm, ich werde die Werte eingehen. Ich habe... Also, an dem Ausblick kann man übrigens erkennen, also erstmal Dollars. Wir gucken uns gleich die Dollars an. Den Ausblick, den ihr hier seht, man sieht, er ist in Dubai Marina, im Stadtteil Marina. Das wird gleich noch wichtig werden. Was aber ebenfalls ganz wichtig ist, wenn wir uns die Dollarnote mal anschauen. Da haben nämlich findige YouTuber festgestellt, ja, das ist eine ordentliche Dollarnote. Und das ist jetzt die Dollarnote, die ApoRed uns präsentieren will. Mal gucken, ob wir das rangezoomt bekommen. Ja, sieht man nicht. Auf alle Fälle, diejenigen, die das analysiert haben, haben herausgefunden, da fehlt es an der Seriennummer. Also, ihr beobachtet die ganzen Sachen natürlich ganz genau. Und da gibt es natürlich dann die eine oder andere Ungereimtheit. Unter anderem eben, dass diese 1,2 Millionen, die er hier auf dem Tisch haben will, offenbar Fake-Dollarnoten sind. Und der Allerechte, der zeigt uns im Video dann auch mehr. Er zeigt uns seinen, so würde er 2007 gesagt haben, seinen Baba-Wagen. Ein G63 AMG. Und später zeigt er uns dann noch Fotos vom Standort seiner Bleibe. Also, hier sagt er wohnt er, habe ich mal bei Booking.com mal nachgeguckt. Das ist Unlock J1 Downtown Dubai Hotel. Ja, das ist dann nicht mehr unbedingt das, was für Millionäre ist. Aber wir werden gleich mal der ganzen Sache auf die Spur gehen und schauen, ob der schlaue Fuchs wirklich so schlau ist. Er macht da noch eine Sache, das Zitat will ich euch echt nicht ersparen. Er schwärmt eigentlich von Dubai an dieser Stelle. Indioses Wetter, das liebe ich. Während in Deutschland meine Hater frieren, chill ich hier gerade in Dubi. Top Wetter, Top. Während seine Hater frieren in Deutschland, chillt der Allerechte schlaue Fuchs in Dubi bei Top Wetter. Sei es ihm gegönnt. Er hat natürlich recht, in Dubai ist einiges wärmer als in Deutschland. Ich für meinen Teil kann aber sagen, ich finde Deutschland ganz schön. Und, naja, zumindest muss man hier nicht ständig vor dem Finanzamt fliehen. Und damit ihr mit den Steuern keine Probleme bekommt und euch das Finanzamt immer wohlgesonnen seid, kann ich euch den heutigen Werbepartner dieses Videos empfehlen. Das ist nämlich Taxfix. Die Steuererklärung, das weiß jeder von euch, das kann ein sehr langatmiges Thema werden. Und auch mühsam anstrengend. Außer man heißt natürlich ApoRed und gibt gar keine Steuererklärung ab, weil man denkt, man müsse gar keine Steuern in Deutschland zahlen. Allen anderen kann ich nur empfehlen, die Steuern zu machen, eben mit einer App wie Taxfix. Ja, die Steuererklärung ist damit rechtszügig erledigt. Das ist das Gute daran. Im Schnitt bekommt jeder Deutsche, der seine Steuererklärung abgibt, rund 1095 Euro zurück. Ja, wenn das nichts ist. Ihr müsst mit Taxfix nur die Dokumente abfotografieren, hochladen und Taxfix erledigt den kompletten Rest für euch. Die Software fungiert als Schnittstelle zum Finanzamt und macht eure Steuer endlich mal einfach und verständlich und das sogar ohne Steuerfachwissen. Das ist natürlich das Wichtigste an dieser Stelle. Anhand von simplen Fragen geht Taxfix alle wesentlichen Punkte durch, um das Maximum für euch aus der Steuererklärung rauszuholen. Beim Durchklicken der Fragen gibt es dann Frage für Frage auch eine Erklärung und ihr könnt euch das lästige Googeln sparen. Der Service kostet dann einmalig 39,99 Euro. Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und habt wieder mal ein Wochenende gespart, das ihr sonst für die Steuererklärung aufgebracht habt. Die Rückzahlung, die kommt dann vom Finanzamt direkt zu euch nach Hause auf euer Konto. Also seid nicht wie ApoRed, liebe Leute. Macht eure Steuern schnell und einfach und ohne als Wochenende dazu zu verschwenden. Und das Beste mit dem Code WBS erhalten Neukunden 5 Euro Rabatt für das Produkt Ich-Selbst und Experten-Service. Geht einfach aufs Banner oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung und verpasst nicht euch euer Geld zurückzuholen. Jetzt aber zurück zu ApoRed. Da ist mir noch ein interessantes Detail aufgefallen, wenn man sieht, wie er an seiner Wohnung ankommt. Schauen wir da mal einen Blick drauf. Ihr müsst gleich auf die Spiegelung gucken, die man in seiner Tür sieht. Also er sagt jetzt, er parkt an seiner Wohnung. Sagen Sie uns gleich, let's go. Also da seht ihr den Spiegel, er parkt an so einem Straßenrand, sagt er ist jetzt an seiner Wohnung angekommen, sieht es einige Busse, die da stehen. Also er parkt irgendwo, wo auch so eine Buslinie ist. Und das ist interessant, weil das Hotel, in dem er eigentlich wohnt, hätte auch ein Parkhaus. Aber er parkt jetzt dort, steigt aus, will dann zu seiner Wohnung gehen. Noch ist alles hell. Gehen wir rüber zur Wohnung. Gehen wir rüber zur Wohnung und jetzt ist alles dunkel. Also ich will ihm natürlich nichts unterstellen. Er wird sicherlich so ein teures Auto fahren. Wunderlich ist nur, dass er das dann eben nicht dort parkt, wo er auch wohnt. Das scheinen ganz unterschiedliche Orte gewesen zu sein. Man könnte also ihm unterstellen, er sitzt da mit Falschgeld, mit einem Auto, was ihm in Wirklichkeit nicht gehört. Und ja, viele Streamer sagen, das ist schon alles ein bisschen komisch und machen Fake-Vorwürfe dem schlauen Fuchs. Der kontert natürlich da drauf im nächsten Video und sagt in seinem teuren Office dazu Folgendes. Das hören wir uns mal rein. Nämlich sein Kumpel Ferrat, der Immobilien in Dubai verkauft. Bei dem hängt er ab. Also Ferrat Dubai ist sozusagen sein Kumpel und jetzt gibt es den Verdacht, dass dieses Office, wo er sitzt, alles Ferrat gehört. Das ist ein Kollege von mir, ein sehr guter Freund von mir. Ihr kleinen Klugscheißer. Also wenn ich schon so auf Klugscheißer mache, dann guck doch mal ordentlich. Der Ferrat, der wohnt in einer anderen Etage. Wir sind zwar im selben Gebäude, aber der ist auf einer anderen Etage. Also ApoRed sagt, natürlich kann ich mir hier in Dubi das hier alles leisten. Ferrat ist eben auf einer anderen Etage. Und ja, komisch ist, also das ist hier Ferrat. Wenn ihr mal mit Ihnen mal seht. Der hat da offenbar wirklich sein Office in Dubai und ist auch ein Kumpel. Und dann haben wiederum einige festgestellt, hier in dem Video keine Deko an den Fensterrahmen. Hier war Deko an den Fensterrahmen. Ja, also wird da mal vielleicht ab und an nur was hingestellt, wieder zurückgestellt. Alles sehr dubios. Da baut ja keiner jetzt immer die ganze Deko auf und dann wieder ab. Also man sieht, es scheint nicht immer das gleiche Office zu sein oder in einer ruhigen Minute kann ApoRed dann doch Ferrats Office nutzen, um dort dann seine Filme zu drehen. Das sagen jedenfalls böse Zungen, die da weiter recherchieren und ihm vorwerfen, das sei doch alles nur Greenscreen, was hier geschehen würde. Aber der Allerechte lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und sagt, nein, ich bin wirklich rich und das ist eben nicht alles nur Fake. Kommen wir jetzt zu Carina Pusch. Ich hatte euch letztens schon mal ein Video zugemacht, das habe ich euch auch unten nochmal verlinkt, dass Carina Pusch Gerichtskosten zahlen muss, obwohl sie gewonnen hat gegen ApoRed. Ja, wie kann das sein? Im Gerichtskostengesetz ist geregelt, dass derjenige, der einen Prozess verloren hat, den auch zahlen muss. Aber in dem Moment, wo derjenige, der den Prozess verloren hat, ihn nicht zahlen kann, muss der Gewinner den Prozess zahlen, damit der Staat nicht zahlen muss. Das fanden viele von euch unfair und das fand natürlich auch Carina Pusch unfair. Ja, und sie findet noch viel, viel unfairer, dass sie jetzt Post bekommen hat, aber diese Post hat es insoweit in sich, als dass sie damit auch Kontakt zum Insolvenzverwalter von ApoRed hat und ziemlich heiße neue News uns präsentieren kann. Schauen wir uns das mal an. Nachdem ich ja letztens schon 200 Euro für den allerinsolventesten Hasen zahlen durfte, weil er diese 200 Euro nicht in einem seiner Geldkoffer auftreiben konnte, darf ich jetzt nochmal 1000 Euro drauf zahlen. Und wahrscheinlich werden da noch mehr solcher Briefe kommen. What the fuck? Also wenigstens hat sie ihren Witz nicht verloren, das muss man sicherlich sagen, den Unterhalt seiner Kinder. Vielleicht kurzes Update, ich hatte es damals im Video schon gesagt, das Ganze ergibt sich aus § 31 Gerichtskostengesetz. Da ist geregelt, dass der Staat erstmal auf den Erstschuldner zurückgreifen soll, das ist derjenige, der ein Verfahren verloren hat. Aber soweit der Erstschuldner nicht zahlen kann, muss eben der Zweitschuldner zahlen. Und der Zweitschuldner wäre dann derjenige, der den Prozess begonnen hat. Kann man darüber streiten, ob man das fair oder nicht fair findet. Hintergrund ist jedenfalls, dass der Staat sagt, naja, liebe Carina, das ist deine Rechtsbeziehung zu ApoRed. Wir als Staat können nichts dazu. Jetzt hast du dich mit jemandem eingelassen, der offenbar pleite ist und dich nicht bezahlen kann. Ja, da musst du es eben selbst zahlen. Aber bitter natürlich für Carina, sie hat gewonnen, einen Rechtsstreit, da ging es um Aussagen, die ApoRed unterlassen musste. Habe ich ein langes Video hierzu gemacht, muss ich hier nicht nochmal wiederholen, aber am Ende bleibt sie auf den Kosten sitzen. Ob sie aber komplett drauf sitzen bleibt, ich würde mal sagen, jein. Sie sagt dazu folgendes. Weil ich ja aber den Prozess als solches gewonnen habe, habe ich vom Gericht einen 30-jährigen Titel zum Vollstrecken bekommen. Und bin als Gläubigerin eingetragen in seiner Insolvenz. Und das wird spannend. Also sie kann noch 30 Jahre gegen ihn vorgehen und vor allem sie ist Gläubigerin. Und als Gläubigerin hat man besondere Rechte und Auskunftsrechte. Und das gucken wir uns jetzt gleich genauer an. Auch das nimmt sie wieder mit Humor, weil damit sieht es ja auch für sie scheiße aus. Also Herr Montag ist der Insolvenzverwalter von ApoRed. Und genau zu jenem Herr Montag hat Carina Pusch jetzt Kontakt aufgenommen. Und sie blendet eine E-Mail ein, die dann tatsächlich einiges an Sprengstoff hat und ein wenig darauf hindeutet, dass ApoRed doch nicht ganz so rich ist. Alles, was er in seinen Videos macht, zeigt und sagt, ist nicht mehr als eine Rolle, die er spielt. Herr Montag hat mir das Ganze nach unserem Telefonat auch nochmal schriftlich bestätigt und ich darf das Ganze auch öffentlich machen. Hallo. So, das ist jetzt spannend. Pupusch, gerne bestätige ich Ihnen als Insolvenzverwalter, dass mir gegenüber Herrn Nadim Ahadi angegeben hat, dass die von ihm in seinem YouTube-Videos gemachten Angaben zu seinen Vermögensverhältnissen ausschließlich Unterhaltungszwecken dienen. Also das muss ich euch mal aus der Zunge zergehen lassen. Der Insolvenzverwalter sieht natürlich auch die Videos von ApoRed Millionen über Millionen und sagt, okay, ist ja super, sagt der Dominik Montag. Wenn da so viel Geld ist, lieber ApoRed, dann zahl die doch einfach und zahl das Geld an deinen Schuldner. Jetzt sagt ApoRed, ja, Moment mal Leute, das ist alles nur Show. Ich habe gar kein Geld, das dient nur Unterhaltungszwecken. Hören wir mal weiter rein. Und diese im Rahmen der von ihm in Anspruch genommenen Kunstfreiheit kein Wahrheitsgehalt beizumessen sei. Ob diese Angaben wiederum der Wahrheit entspricht, bedarf weiterer gegebenenfalls gerichtlicher Aufklärungsmaßnahmen. Ja, also, das Gericht soll jetzt klären, wer sagt die Wahrheit. Das Ganze muss unser Main-Character-Hase übrigens auch noch in einer eidesstattlichen Versicherung unterschreiben. Und ansonsten könnte das Ganze nämlich rechtlich etwas schwierig werden. Also, ja, was heißt das jetzt wieder? Also, er muss eine eidesstattliche Versicherung abgeben, noch zusätzlich, sagt sie. Vielleicht mag Solmecke dazu ja auch nochmal ein Video machen. Also, halt mir fest, alles, was er entspricht. Was heißt das wiederum? Also, jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben jetzt diese E-Mail von Herrn Montag. Herr Montag ist der Insolvenzverwalter von ApoRed. Und Herr Montag hat er sich gewundert, so wie wir alle, dass der schlaue Fuchs so rich ist. Also hat er den schlauen Fuchs gefragt. Hör mal, da scheint ja noch eine ganze Menge zu sein. Aber ApoRed sagt, das ist im Rahmen meiner Kunstfreiheit. Ich bin eine YouTube-Figur, die YouTube-Figur ApoRed, die ich spiele. Ja, und jetzt steht sozusagen zur Diskussion, dass ApoRed eine Versicherung an Eidesstatt abgibt, dass er wirklich gar keine Knete hat. Das heißt, man kann ja Herrn Montag seinem Insolvenzverwalter viel schreiben, aber da ist ja noch gar kein Nachdruck hinter. Nee, nee, er muss das jetzt an Eidesstatt versichern. Und wenn man eine falsche eidesstattliche Versicherung abgibt, dann ist das eine Straftat. Die schauen wir uns hier mal an. 156 Strafgesetzbuch. Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eidesstatt zuständige Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freistrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, er kann dafür bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen, wenn er jetzt Herrn Montag sagt, seinem Insolvenzverwalter, ja, ich habe gar kein Geld mehr und in Wirklichkeit aber in Dubi die Millionen gehortet hat. Jetzt haben wir eine heikle Situation für ApoRed. Also einerseits versucht er weiter, seine Rolle zu spielen und zu sagen, ich habe die Millionen. Andererseits muss er jetzt öffentlich zugeben in einem Dokument, was dann auch seiner Schuldnerin Carina Pusch zugänglich gemacht werden wird, dass er gar kein Geld mehr hat. Also das kann mir jetzt noch sehr spannend werden. Das heißt, wir werden die Sache hier auf jeden Fall auch weiter beobachten, wie das alles ausgeht. Carina Pusch' Video solltet ihr euch übrigens auch noch ganz anschauen. Sie hat auch ein paar Infos dazu, wie man am besten als Reaction-Streamer zukünftig mit ApoRed umgehen sollte. Fakt ist, ApoRed spielt offenbar nur eine Rolle. Er spielt die Rolle des ApoRed. Er hat kein Geld, er hat wahrscheinlich kein AMG und er tut in seinen Videos einfach nur so, als sei er reich. Damit hat er offiziell den Beruf gewechselt. Welchen Beruf hat ApoRed? Schauspieler. So, ApoRed selbst ist ein fiktiver Charakter und Ahmad Nadim Ahadi ist der Schauspieler dahinter. So ist die richtige Definition der Situation im Moment. Und das hat sich natürlich schon alles abgezeichnet, aber das ist natürlich jetzt ein Plottwist, dass er einfach nur Schauspieler ist. Wer hätte das nicht kommen sehen? Welch eine Wendung. Wenn er jetzt wieder nach Deutschland kommt und sich herausstellt, er hat eine falsche eidesstaatliche Versicherung abgegeben, droht ihm hier einfach Gefängnis. Und das sollte er tun, die es vermeiden. Ich meine, er war schon mal wegen eines Bombenpranks im Knast weiß, also dass das da ziemlich ungemütlich ist. Also interessante Neuigkeiten. Viele Recherchen von YouTubern, die sagen, das ist doch alles Fake, die seine Millionen entlarven durch falsche Aufdrucke auf den Banknoten. Ja, ich bin gespannt, wie die ganze Story um den alten Rat noch so weitergeht. Ich hoffe, dass ihr da mir treu bleibt. Ich habe hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Bleibt mir treu. Ja, ich präsentiere euch morgen hier schon das nächste Video. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.